Hallo liebe Sky-Kunden, wusstet ihr, dass es jetzt die neue SkyQ Sprachfernbedienung gibt? Mit der neuen SkyQ Sprachsteuerung könnt ihr ganz einfach mit eurer Stimme nach Serien, Filmen, Sport-Events und auch euren Lieblingsschauspieler suchen. Um euren SkyQ Receiver per Sprache zu steuern, muss er mit dem Internet verbunden und eure Sprachfernbedienung mit dem SkyQ Receiver verbunden sein. Um eure Sprachfernbedienung mit dem SkyQ Receiver zu verbinden, drückt im laufenden Fernsehbild für ungefähr 5 Sekunden gleichzeitig die Taste 1 und 3. Auf eurem TV-Gerät erscheint nun die Meldung Fernbedienung einrichten. Nun folgt bitte der Anleitung zum Einrichten der Fernbedienung bis zum Ende. Jetzt könnt ihr ganz einfach mit eurer Stimme alle verfügbaren Filme eures Lieblingsschauspielers suchen, nach euren Lieblingsserien suchen, den Kanal wechseln, in verschiedene SkyQ Menüs springen oder Apps öffnen. Dazu haltet einfach den Sprachtaster gedrückt und sprecht klar und deutlich euren Befehl. Wie zum Beispiel Billions. Solltet ihr weitere Fragen rund um die SkyQ Sprachsteuerung haben, schaut einfach mal bei uns im Web vorbei und zwar unter www.sky.de-sprachsteuerung-hilfe oder in unserer Community Sky & Friends. Solltet ihr euch? 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 Vielen Dank.